Also unsere Partys, die sind immer legendär. Meine Highlights des Jahres sind jedes Jahr Weihnachtsfeier und alle zwei Jahre die Sommerpartys. Was passiert da auf den Partys? Also ich bin Vera Meyer, bin 28 Jahre alt und komme aus Hengersberg. Ich arbeite als Zersparungsmechanikerin an der Maschine. Das ist meine erste Arbeitsstelle. 2010 habe ich hier meine Ausbildung begonnen und seitdem bin ich hier. Ich bediene die CNC-Maschine, fertige Peak-Implantate. Peak-Implantate werden in der Wirbelsäule eingebaut, dienen als Platzhalter der Bandscheibe. Die Arbeitswege sind kurz, Arbeitszeiten sind gut und Bezahlung war auch in Ordnung. Also ich hätte es nicht besser treffen können. Teamarbeit ist super. Ich verstehe mich mit allen Mitarbeitern. Es sind schon tolle Freundschaften entstanden in der Firma. Oh, wann habe ich damit angefangen? Von klein auf. Da ging es eher um das Volumen in der Lunge, weil meine Mama hat gemeint, ich soll das besser trainieren und da wäre Musikspielen nicht schlecht. Ja, da ist einfach immer Gaudi. Hey, jeder draußen. Bei uns, da gibt es die besten Leute, da müssen wir jetzt herkommen. Wäre cool, wenn Sie zu mir ins Team kommen. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017